Ich erwarte, dass jede Demokratin und jeder Demokrat Antifaschistin und Antifaschist ist, denn gegen Faschismus zu sein, bedeutet im Umkehrschluss Antifaschistin zu sein. Sie bezeichnen sich mehrmals als Antifaschistin. Jeder weiß, was darunter zu verstehen ist. Antifaschisten sind nur verkappte Kommunisten und Bolschewiken. Wir wissen auch, dass in den Vereinigten Staaten die Antifa als Terrororganisation anerkannt wird. Und dennoch behaupten Sie, hier eine Antifaschistin zu sein. Und wir wissen auch, dass Sie mehrmals auf Demonstrationen mit Marxisten und Leninisten gesehen wurden. Meine Frage, vermissen Sie sich nicht im Verfassungsschutzbericht, wo Sie doch eine der größten Verfassungsfeinde Bayern sind?